Ja erstmal herzlich willkommen, die ihr heute bei diesem Novemberwetter, gestern war ja eigentlich noch mal Spätsommer, auch hier, aber ich glaube heute kommt die Sonne nicht durch, durch den Nebel und ich glaube RWE hat dafür gesorgt, dass wir das ganze Elend da hinten nicht sehen können, weil es im Nebel verschwunden ist und die Kraftwerke nicht zu sehen sind und ja, und das große Loch. Ja, mein Name ist Robert Borschlags, ich bin von der Initiative Drei Rosen, einer Bürgerinitiative aus Aachen und was uns hierher geführt hat, ich denke das ist das gleiche gewesen, warum ihr hier schon wart und im Wald und am Anfang waren wir so immer in der zweiten, dritten Reihe mit unserem Verein und haben ein bisschen Support gemacht, als die großen Räumungen waren, aber dann passierte ja im Jahr danach, als eigentlich ja schon klar war durch das Oberlandesgerichtsurteil, dass hier nichts mehr gerodet wird und dass auch der Tagebau früher aufhören wird und nicht mehr alles weggebaggert werden muss. Hat aber trotzdem RWE Fakten geschaffen 2019 und da sind wir mal in die erste Reihe der Organisationen gerutscht, die Hilfe gerufen haben. Wir haben damals mit Satellitenbeobachtungen herausgefunden, dass RWE immer näher an den Waldrand dran gebaggert hat und Eva und Michael hatten uns alarmiert und wir haben dann recherchiert und ihr müsst wissen, da hinten wo jetzt der Wald aufhört, da war die zum Tagebau hin orientierte letzte Rodung 2017 im Herbst. Und ja, davor war noch ein großes Vorfeld von mehreren hundert Metern, wo zwar keine Bäume mehr standen, wo aber immer noch die wertvolle Erde des Waldes noch vorhanden war. Das wäre eine tolle Voraussetzung gewesen für das, was ja eigentlich dann jetzt auch kommen könnte, nämlich dass der Wald sich wieder in Richtung von dem großen Loch ausdehnen kann, erweitern kann. Nur das hat RWE dann im Hochdruck mit mehreren Baggern in 2019 immer mehr weggebaggert und wir haben es dokumentiert. Man kann das auf unserer Website auch immer noch nachsehen. Wir haben eine rote Linie gemacht. Eine weitere rote Linie wird jetzt in diesem Monat anstehen. Da kommen wir später noch drauf, denke ich. Aber es hat nicht geholfen. Sie sind bis auf 50 Meter an den Wald ran und dann gab es als Reaktion darauf im Oktober 2019 eine symbolische Baumpflanzaktion, zu der Eva und Michael und andere aufgerufen haben, doch zum Teil gespendete Bäume aus der Baumschule in Bühr einzupflanzen. Oder auch eine ganze Reihe Menschen haben einfach irgendwie kleine Pflänzchen mitgebracht von zu Hause aus ihrem Umfeld. Und dabei ist ein Baum gepflanzt worden, zu dem ich dann gleich noch was Näheres erzählte. Und das war für mich so der persönliche Ausgangspunkt. Mein persönlicher Ausgangspunkt, warum ich jetzt sehr oft hier war. Und wir haben dann angefangen im 2020, hatten wir das Glück, hatten wir das Glück, was sonst glaube ich kaum jemand hatte. Wir haben angefangen, diesen Walderlebnispfad anzulegen in der Corona-Zeit, wo alle in ihren Häusern sitzen mussten und nirgendwo hin durften. Und wir haben hier an frischer Luft, Eva, wann war es, Christi Himmelfahrt, glaube ich, das erste Workshop gemacht. Und es ging uns zunächst mal darum zu dokumentieren, wie ist es denn eigentlich den Bäumen ergangen, die es nicht mehr gibt, die gerodet wurden oder die infolge der Stürme umgerissen wurden. Das ist ein Teil dieses Waldlehrfahrts der etwas anderen Art. Und der zweite Teil, das ist das, was ihr hier an den Infopoints seht. Das war die heiße Phase im Jahr 2020, als wir hier angefangen hatten. Da hinten schon der Pavillon stand und großer Polizeieinsatz und großer Einsatz mit schwerem Raumgerät. Ihr könnt es auf diesen Postern sehen, wo es darum ging, für die Einsatzkräfte Wege und Straßen herzustellen. Und dann ist hier auf der gesamten Breite, man sieht es jetzt zum Glück fast nicht mehr, auf sechs, sieben Meter Breite alles aufgeschottert worden. Es wurden die Barrikaden gegen die waldfremden Fahrzeuge, die hier über den Weg eindringen konnten, weggemacht. Es wurde die Totholzbarrikade, die Baumfreunde hier aus Totholz aufgebaut haben, weggemacht. Ja, das haben wir dokumentiert und das zeigen diese Infopoints. Und es war damals natürlich auch die Zeit, wo es noch um die bedrohten Dörfer ging, die man von, wenn die Sophienhöhe nicht dazwischen wäre, könnte man rüber gucken bis nach Cayenberg und die Kirche sehen. Nun, die Geschichte davon muss ich euch nicht erzählen. Die kennt ihr alle. Die Dörfer sind gerettet und auch ein paar Feldhöfe. Deswegen ist das Schild von Lützerath jetzt auch umgedreht und hat ein Kreuz bekommen. Ja, und diese gelben Kreuze, die da stehen, die hatten wir damals zur Unterstützung der Mahnwache gemacht und eine Kopie davon dann hier hin zur Erinnerung und zum Verweis, dass es auch noch einen anderen problematischen Tagebau hier in der Region gibt. Ja, und dann würde ich mal sagen, können wir jetzt mal langsam uns ein bisschen bewegen. Und es gibt dann an manchen Bäumen irgendwelche Schilder und lass uns mal vorgehen und da steht dann schon ein Fragezeichen. Ja.